Haben Sie die entsprechende Webex-Integration von Outlook installiert, können Sie auch in Outlook-Meetings planen. Die Planung hier entspricht im Umfang etwa der Planung der Webex-App. Für eine ausführliche Planung empfehlen wir auch hier nach wie vor, die Web-Oberfläche von Webex zu benutzen. Erstellen Sie in Ihrem Outlook-Kalender einen neuen Termin und die Webex-Integration ist korrekt installiert, finden Sie oben den Menüpunkt Webex-Meeting hinzufügen. Klicken Sie auf die Schaltfläche, öffnet sich dieses Fenster, in dem Sie einige Einstellungsmöglichkeiten für das geplante Meeting haben. Mit Klick auf OK bestätigen Sie die Einstellung und es erscheint dieser Text. Dieser wird bei Abschluss der Planung automatisch in die Meeting-Informationen umgewandelt. Möchten Sie die Einstellung Ihres Meetings nochmal ändern, klicken Sie hier oben auf Einstellungen. Beginn und Ende des Outlook-Termins werden automatisch Beginn und Ende des Webex-Meetings. Auch hier der Hinweis, diese Zeiten sind nur für den Kalender relevant, Sie können das Meeting auch früher starten und es darf auch über das angegebene Ende hinaus andauern. Klicken Sie die Schaltfläche Teilnehmer einladen, erscheint hier oben eine Empfänger-Innenzeile, wie Sie es aus E-Mails gewohnt sind. Sie können hier TeilnehmerInnen über deren E-Mail-Adresse eintragen oder den Button An klicken, um TeilnehmerInnen aus ihren Kontakten hinzuzufügen. Der Betreff des Outlook-Termins wird automatisch das Thema des Webex-Meetings. Mit Klick auf Senden können Sie die Planung nun abschließen und sowohl Sie selbst als auch eingeladene TeilnehmerInnen erhalten automatisch eine Einladungs-Mail. Wenn Sie möchten, können Sie auch hier über dem automatisch generierten Text noch eine persönliche Nachricht schreiben, welche dann ebenfalls in der Einladungs-Mail zu sehen ist. Und dann können Sie auch hier über das Thema des Webex-Meetings-Mail-Adresse-Mail-Adresse-Mail-Adresse-Mail-Adresse-Mail-Adresse-Mail-Adresse-Mail.